hallo und willkommen zurück in unseren heiligen hallen vor langer zeit haben wir bereits einmal über die geschichte der ogre geredet jene fettwänstigen vielphrase deren stärke nur ihrem hunger nach steht dabei war eine gestalt stets im zentrum der erzählungen grises goldzahn der größte häuptling der ogre stämme doch grises ist nicht der einzige ogre der sich mit der zeit einen gewissen ruf erkämpft hat beziehungsweise erfressen hat daher möchte ich euch heute die geschichte von einem der anderen großen ogre erzählen goldfack dem vielfraß oder goldfack man eater um ihm seinen passenderen namen zu geben denn auch wenn ihr noch nie von goldfack gehört haben solltet so wisst ihr zumindest indirekt von seinem ruhm denn wie jeder weiß nennen sich die ogre söldner selbst die man eater beziehungsweise vielfraße und diese bezeichnung verdanken sie dem größten unter ihnen goldfack in goldfack pflegte seine handelspartner zu verschlingen sofern sie ihn nicht vollständig bezahlten eine tradition die viele seiner nachfolger beibehalten haben goldfack begann seine laufbahn als söldner vor über 60 jahren zu einer zeit als wandernde ogre alles andere als gewöhnlich waren er begann seine reise im weltrandgebirge zusammen mit einer kleinen bande von ogre bullen des saberskin stammes als erstes heuerten sie bei einem ork boss namens gnashrak bad tooth an der in einem krieg mit den truppen der slayer festung von karak kadrin verwickelt war und auch wenn goldfack von goblin und zwergenfleisch lange nicht so begeistert war wie von menschenfleisch waren bezahlung und unterhaltungsfaktor in diesem konflikt zu gut um es auszuschlagen das problem war jedoch dass sich der ogre vielleicht etwas zu sehr amüsierte denn im laufe der verschiedenen schlachten wurde gnashrak immer ungeduldiger mit den ogern ihr unerhört hoher verzehr von goblins machte seine schwarz orks sauer und behinderte den bau von kriegswaffen die dicken schläger tranken nahezu das ganze pilz bräu und zu allem überfluss sangen sie dabei auch noch in unerträglicher lautstärke und da gnashrak ein orkiger ork ist hat er sich dem problem in der einzigen art angenommen die er kennt er hat goldfack lautstark angebrüllt und ihm mit dem spalter gedroht so gnashrak ein orkiger ork ist so ist goldfack allerdings ein ogeriger ogre und auch er antwortete in der einzigen art die er kennt indem er gnashrak den arm ausriss und im folgenden gemosche erst den orkboss und dann noch seine versammelten schwarz orks mit selbigem vermöbelte genervt von der orkigen hinterhältigkeit gingen goldfack und seine jungs zu ungrimm eisenfaust dem herrscher von karak kadrin boten ihm den arm von gnashrak als beweis ihres sinneswandels an und baten um anheuerung eisenfaust misstraute den ogern zwar konnte jedoch schlecht eine so schlagkräftige hilfe ablehnen im folgenden kampf bewiesen sich goldfack und seine gefolgsleute einmal mehr als exzellente kämpfer indem sie den nun einarmigen gnashrak gefangen nahmen und ungrimm übergaben eisenfaust war derart begeistert von den leistungen der ogre dass er sie am siegesfest in karak kadrin teilhaben ließ goldfack nahm dankend an kassierte seine fürstliche belohnung und raubte während dem fest auch noch die schatzkammer der zwerge aus mit mehr essen und gold beladen als die meisten tragen könnten machten sich die ogre mit dem ergaunerten gütern in richtung imperium davon während einigen schlachten für die imperialen kurfürstentümern in denen goldfack hauptsächlich gegen tiermenschen und orks kämpfte stolperte er durch zufall über das mutland die heimat der halblinge an dieser stelle seines lebens etablierte sich goldfack als mein persönlicher favorit unter den lebenden ogern denn er entdeckte halblinge als neue leibspeise leider beschwerten sich die kleinen bastarde bei den imperialen autoritäten und goldfacks wohlverdiente fressorgie fand ein ende enttäuscht vom imperialen eingreifen zogen er und seine ogre weiter in den süden nach tilea hier heuerten sie beim berühmten general und prinzen von lucini lorenz lupo an und wer bisher aufgepasst hat kann sich denken wie der aufenthalt verlief die ogre bewiesen sich einmal mehr als ausgezeichnete frontbrecher machten ihrem vorgesetzten aber außerhalb der kämpfe außerordentliche probleme sie verwüsteten die stadt zettelten schlägereien an fraßen menschen und plünderten sogar den persönlichen weinvorrat von lorenzo lupo als antwort auf diese ausschreitungen ließ lorenzo die ogre von einer abteilung pikiniere und armbrustschützen verhaften und in den kerker werfen lorenzo wusste jedoch dass er die ogre nicht ewig festhalten konnte und da kam ein hilfsgesuch aus den grenzgrafen mehr als recht anstatt seine soldaten zu entsenden schickte er goldfack und seine männer die er mit zwei wagen ladungen an essen bestacht den auftrag anzunehmen im gebiet der grenzgrafen herrscht steter konflikt entweder weil orks angreifen tiermenschen einfallen oder einfach weil die grafen sich einmal mehr untereinander attackieren in einer solchen umgebung fühlten sich goldfack und seine viel fraße pudel wohl jeden tag gab es einen neuen feind zum vermöbeln und gewaltige mengen an futter als bezahlung so verbrachten sie jahre damit sich von verschiedenen seiten anheuern zu lassen die sich gegenseitig immer weiter überboten um die gewaltige kampfkraft der berüchtigten man eater auf ihrer seite zu wissen aus gründen die uns nicht weiter bekannt sind wahrscheinlich jedoch wegen schlichter langeweile begaben sich goldfack und seine jungs nach einigen jahren in den grenzgebieten zurück ins weltrandgebirge dort waren die spannungen zwischen orks und zwergen einmal mehr in einen ausgewachsenen krieg ausgeartet und goldfack schloss sich einer vorbeiziehenden gruppe orks an als ungrim eisenfaust erfuhr dass goldfack wieder unter den feinden wandelte er sanne einen cleveren plan um den ogre aus dem kampfgeschehen fernzuhalten er schickte eine versorgungskolonne durch die berge und plante die route exakt so dass sie an dem orklager vorbeiführte in dem goldfacks jungs residierten wie erwartet wurde der konvoi überfallen und geplündert auch als die orks und ogre an diesem abend mit dem geklauten bier anstießen wussten sie feststellen dass die zwerge es vergiftet hatten viele der schwächeren orks starben doch goldfack seinen jungs und die mächtigeren grünhäute überlebten und fanden sich bald darauf in den kerkern unter karak kadrin wieder an dieser stelle muss ich einmal deutliche zweifel anmerken entweder an der geschichtsschreibung selbst oder ans lehrkönig ungrim denn anstatt die orks und ogre zu töten sperrte er sie ein und hoffte dass sie dort verhungerten eine sehr nennen wir es mal umständliche lösung und vor allem eine unzwergische denn anstatt mehrere tonnen schwere ogre durch die berge in eine festung zu karren hätte er ihnen auch einfach von seinen grenzläufern den chaos machen lassen können als sie bewusstlos waren aber nun gut es ist nun mal so passiert auch wenn es dumm ist und als die zwerge monate später erneut in ihren kerker schauten um die verhungerten leichen zu finden sahen sie stattdessen einen vollgefressenen goldfack und eine menge abgenagter knochen der ogre hatte sämtliche kameraden und alle orks gefressen und anstatt den ogre nun endlich zu töten war ungrim eisenforst auf seltsame art beeindruckt und ließ ihn weit weg von karak kadrin bringen und freilassen also ich weiß dass jemand meiner art der letzte ist der etwas über zergigkeit sagen sollte aber bei den göttern ist es ein wunder dass ungrim eisenforst nicht der bart ab erkannt wurde für das ungrims untertan nahmen seine anweisung jedoch beim wort und brachten den söldner bis zum grauen gebirge von wo aus er dann nach bretonia marschierte dort machte er im grunde genommen das gleiche wie im weltrandgebirge er fand eine plündernde truppe orks schloss sich ihnen an und begann bretonische ritter und bauern zu futtern und als ob seine weiten reisen und zahlreichen schlachten nicht ausreichen würden gibt es neben diesen ganzen legenden auch noch viele weitere und vor allem gerüchte über sein auftauchen in noch abgelegeneren orten wie scavenblight altdorf oder sogar ulthoran doch leider sind die einzelheiten dieser begebenheiten niemals notiert worden und daher müssen wir ihre validität doch stark anzweifeln besonders da ogre dazu neigen ihre erfolge zu übertreiben trotz allem ist goldfark ohne zweifel der bekannteste und mächtigste ogre außerhalb der ogre königreiche und ein söldner dessen geschichten die baden vieler völker inspirierten allerdings würde ich behaupten dass all das nicht halt so beeindruckend ist wie die simple tatsache dass ein stumpfer ogre 60 jahre söldnerdienst in den gefährlichsten gebieten unserer welt überlebt hat und damit beende ich einmal mehr unsere kleine vorlesung ich hoffe es hat euch spaß gemacht vielen dank für eur kommen und großen dank an meine unterstützer hier in der bibliothek besondere erwähnung finden natürlich meine lehrmeister dakama lucila garak rakul kerana sakon und soldier bis zum nächsten mal und haltet euch bloß von ogre entfernen bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018